Um jetzt wieder auf EA zu kommen, ob ich auf EAFC komme, auf den Papieren bin ich, ich habe einen Lizenzspielervertrag. Das heißt, ein Profivertrag, das heißt den Umkehrschluss, ich bin auch gelistet für EA. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich war ja gestern bei der Veranstaltung von EA und da habe ich den leitenden Chef in Deutschland, den Laurin, und habe ihm gesagt, so Laurin, Butter bei den Fischen, wie und wann und wo bekomme ich meine FIFA-Karte? Und er meinte zu mir, nächstes Jahr. Ich, wie nächstes Jahr? Ich, mich hat es fast von allen Socken gehauen. Ich so, warum dann nächstes Jahr? Ja, dann hat er mir erklärt, dass es, ich habe doch gesagt, eigentlich müsste man doch dann im spätesten Fall, im Winter müsste ich doch da meine Karte bekommen. Dann hat er gesagt, nee, das war mal, es gibt keine Winter-Upgrades mehr. Ich so, boah, ein Brett, ein absolutes Brett. Dann habe ich aber gesagt, es muss doch irgendwie möglich sein, dass ich meine Ultimate-Karte bekomme. Und er hat gemeint, er gibt das jetzt weiter, er stoßt das Ganze an, aber versprechen kann er nichts. Spätestens im nächsten Jahr dann wieder. Ich so, ja, aber das muss doch möglich sein. Gib mir da irgendwie einen Charakter, mach meine Ultimate-Karte und dann gibt es wieder einen spielbaren Rechtsverteidiger. Wo ist das Problem?